Leon ist heute zum 7. Mal beim Training bei uns im Fit4Life. Wir haben heute den Fitness-Test vor. Wir gehen jetzt an den Body-Analyser, machen Körperanalyse, machen Herz-Kreislauf-Belastungstest und dann gehen wir an die E-Gym-Geräte und machen eine Kraftmessung und schauen uns dann zum Schluss an, wie sich die Muskulatur verändert hat und vor allen Dingen, was die muskulären Dysbalancen machen. Okay? Nach jeder 6. Trainingseinheit führen wir im Fit4Life diesen Zwischentest durch. Der Start ist auf dem Body-Analyser, der nicht nur misst, sondern gleich auch eine professionelle Auswertung erstellt. Nach dem Herz-Kreislauf-Belastungstest auf dem Fahrrad-Erkometer geht es nun weiter zur Kraftmessung an die E-Gym-Geräte. Diese Messung dient einerseits dazu, das zukünftige Trainingsgewicht zu ermitteln, deinen Leistungsfortschritt aufzuzeigen und damit auch zu motivieren, sondern zeigt auch auf, ob die Muskulatur von Körpervorderseite und Rückseite ausgewogen trainiert ist. Dazu am Schluss in diesem Clip mehr. Nach dem Grundlagentraining am Zirkel trainiert Leon noch an einigen speziellen Kraftgeräten, die er für seinen Motorsport braucht und was er persönlich noch für die Erreichung seiner Ziele benötigt. Wir sind jetzt mit den ganzen Tests fertig geworden. Wir sitzen hier im Trainerbüro und machen jetzt die Auswertung von den Kraftmessungen und schauen uns das Ganze jetzt mal auf unserer E-Gym-Fitness-App an. Das siehst du hier bei den Pfeilen, die nach oben gehen in unserer E-Gym-App, und dann bist du überall besser geworden. Soll, wenn du jetzt hier draufklicken, siehst du hier wie eine Kurve, Grafik, ein Gewicht, ein Trainingsgewicht besser geworden ist. Was besonders interessant ist, ist der Punkt muskuläre Dysbalancen. Hier siehst du, wie das Verhältnis ist, zum Beispiel von Oberschenkelvorderseite, Oberschenkelrückseite, von unteren Rücken zum Bauch. Das ist, hier müsst ihr ein bisschen mehr von unteren Rücken noch tun, ansonsten oberer Rücken, Brust, alles super ausgewogen. Besser geht's vom Prinzip gar nicht.